Diese Folge wird Ihnen präsentiert von BAM Und Angriff Bist du selbstmordgefährdet? Nein, spring nicht! Das Leben bietet doch so viel! Das ist das erste Video, was ich von dir sehe Ich finde es mega lustig und habe dich gleich abonniert Oh nein! Und dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben Jedes Video so beschissen wie nur möglich zu machen Und trotzdem abonnieren uns die Leute Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll Sind eigentlich alle von euch außer Chan so hässlich? Ja, jeder Einzelne! Vor allen Dingen Chan und dieser Penner hier im Hintergrund War die Frisur vom Bananasblitz schon so? Oder hast du die machen lassen? Das ist natürlich nicht von Anfang an so gewesen Ich meine, du brauchst Unmengen viel Shampoo und Haarfärbemittel Aber bevor ich das Video anfange, mach doch erstmal Daumen hoch Favorisiere es und kommentiere es Und sag mir, was auch immer du schön in meiner neuen Frisur findest Und guck dir mal an, dieses wunderschöne Bild im Hintergrund Ist das nicht einfach phänomenal? Was ist flüssiger als Wasser? Das kann ich dir auch selbst beantworten Du! Du bist nämlich überflüssig! Oh, jetzt pack doch mal das dumme Meerschweinchen weg! Du! Du bist überflüssig! Wie lang ist der Sch*** von Chan? Ach, das kann ich euch zeigen! Was hältst du von Toiletten aus Käfighaltung? Ja Ja 20 hatten Kommando, ja Es ist mal wieder so weit Gut, danke Dir wird gleich geholfen! Und bleib einfach, wo du bist. Mögt ihr eigentlich Züge? Ich mag Züge. Nee Jetzt nicht mehr. Seid ihr Geldgeil? Ja. Mag Tommy die Shotgun? Und hiermit erklär ich sie zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Wie definiert ihr eigentlich Real Life? Was? Wie lange kannst du RTL am Stück gucken? Wuhu! Und auf zu unserer RTL-Marathon-Nacht! Vier Sekunden später. Würdet ihr mal ein Musikvideo machen? Natürlich mit mehr Schweinchen-Background. Nein, das wäre zu affig. Was macht ihr mit der Leiche des Niveaus? Ach komm schon, das solltest du doch langsam wissen. Wir haben es natürlich im Schrank gepackt und am Montag kam die Putzfrau und hat sie abgeholt. Ich habe Hunger. Was soll ich tun? Zu essen habe ich nichts mehr. Aber ich könnte dir was zu trinken anbieten. Und das war es auch schon wieder mit dem Angriff der Fragen für dieses Mal. Wenn ihr nichts zu tun habt, favorisiert doch einfach mal diese Katze hier. Trinkt noch einen Schluck und vergesst nicht eure sinnlose Frage zu stellen. Und da ihr eh schon alle App-Pro abonniert habt, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. So, das war eine kleine Angriff der Fragenfolge außerhalb des Apple-War-Zeitplans. Ja, aber normalerweise immer Samstags. Aber da wir momentan im totalen Stress hier und da sind, kommt der Apple-War wahrscheinlich auch erst Sonntag. Also, keine Sorge und kein Stress. Es wird was kommen. Wir produzieren. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, hier oben geht es zum Minecraft Let's Fail Part 3. Hier vorne geht es zum MirrorsFX, die beiden Tommy und Adi. Und das war es. Denkt bitte dran, am 8.10., das ist diesen Samstag, ist YouTube-Treffen in Düsseldorf um 15 Uhr am Hauptbahnhof. Wir haben Buttons nachbestellt und erwarten euch dort. Bist da. Geh weg, dann muss ich den Text nicht. Ja. Ja. Gönnt euch einen Schluck und vergesst nicht eure sinnvolle Fragen. Los! Sinnvolle Fragen können wir hier nicht gebrauchen. Stimmt. Oh boy. Senvolle Folgendes Sinnvolle Sinnvolle Gönnt euch